Hallo, willkommen auf meinem Kanal Connies Outdoor World und das ist ein neuer Tag, neuer Skitag und heute nehme ich euch mit nach St. Anton am Arlberg. Seid gespannt, was alles kommt. Ich mache wieder viele Videos, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie es hier aussieht. Also bis gleich. Ich starte heute an der Alpe Rauts und von hier habe ich dann Verbindung ins Skidebiet St. Anton. Ich war noch nie da. Ich werde mich einfach zurechtfinden. Ich denke die Beschilderung auf den Pisten und so weiter wird bestens sein, weil hier ist internationale Klientel und da muss sich halt jeder zurechtfinden können und sogar ich. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020